ja ein herzliches willkommen zur 16 aufnahme glaube ich zu minecraft ja in der letzten folge haben wir hier versucht oder beziehungsweise versuchen ja immer noch diamanten zu finden bis jetzt erfolglos vielleicht können wir hier schon mal aufgraben hier ist redstone so wenn wir jetzt untersucht haben, ob da ob da Lava ist ne, ob da wir sind wir geben uns auch hier zurück zum Hauptquartier sage ich jetzt mal ein b ist b Vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass jetzt mal der Lavasee bald zu Ende ist. Vielen Dank. 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 Aber naja. So. Genau. War da nicht. Vielleicht der Monster spawner. Vielleicht. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste. Was wir noch nicht. Nicht geöffnet haben. Dann könnten. Vielleicht. Vielleicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. So. 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 Ich bin. 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 hart. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. jetzt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. auch. Ich. Hoff ihr seht es noch was. weil ich habe keine fackeln mehr. Aber das dann. Gehen wir mal da lang und schauen ob wir hier noch eine Kiste finden. Das war wie murm. ich kann es einfach hier hoch so und jetzt dauert es bis wir oben sind wenn wir oben sind dann mache ich auch einen kleinen cut rein ich habe leider keine spitzhacke mehr dabei und keine werkbank und ich hätte auch keine stickys dabei so ja hm ja so hm naja naja ja und ich werde meinen skin für diesen avatar auch gut also noch einen machen also nicht den gleichen wie ich sonst wie ich bei mir als privat habe sondern hier einen anderen genau vielleicht werde ich auch ein tutorial darüber machen aber wer weiß mal schauen ja schade dass hier kein wasser ist sonst hätte ich gehofft dass hier wasser runterkommt auf jeden fall erde kommt schon mal tageslicht die sind die da oben oh dann rennen wir jetzt wieder zurück zu unserer Heimat kann man sagen träumen unseres ganzen Sachen auf was wir gefunden haben und ich werde wahrscheinlich hier doch kein cut machen weil wir sind ja gleich da 50 meter vom haus entfernt und wir sind da unser haus so was tun wir hier rein die wertvollen Sachen kommen rüber ins haus ne machen wir machen hier ein das Hut nicht also was ist da natürlich naja da die ganzen Sachen hier zurück ich kann in den Ofen rein und in den Ofen natürlich auch nochmal und unser Gold natürlich auch gleich Erde da rein Koppel da rein Brot da rein das da rein sonstiges zack 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 Schienenblind Kisten kommen da rein nee dieser ja und dann würde ich sagen war es das mit dieser Aufnahme schon wieder und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal tschau Leute 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 Vielen Dank.